ja herzlich willkommen zu dem heutigen video hier bei bbg aquaristik leben und heute geht es hier um die dennerle sodastream co2 anlage ja ich habe sie mir gekauft wurde mir nicht gesponsert also ich wollte sie sowieso mir holen für mein asienfluss aquarium was ihr da im hintergrund seht und ja diese möchte ich heute mit euch hier halt auspacken und anschließen euch zeigen da ist hier die flasche mit drin 425 gramm flasche dann haben wir den druckminderer den diffuser ultra m von dennerle einen sicheren standfuß ein rücklaufventil und co2 schlauch ja das ist so der inhalt und das system von dennerle heißt hier cabo soda m200 wie gerade zu sehen und jetzt packen wir das mal aus und schauen uns das mal an genau ja geht ein bisschen schwer hier hoch und dann bleibt es natürlich denn jetzt hier so in einem karton den packen wir jetzt hier mal aus und da sehen wir da ist alles noch mal in plaste eingewickelt ja kann man sich jetzt darüber streiten ob das so umweltbewusst ist man hat hier ein bisschen karton gespart dafür halten mehr plaste benutzt vielleicht je nachdem wie das sonst eingepackt ist in dennerle co2 anlagen habe ich natürlich jetzt keine erfahrung aber ich denke das geht soweit ja hier ist alles auf jeden fall fest quasi umwickelt so dass auch die co2 flasche sicher gelagert ist also da braucht man sich denn doch auch keine sorgen machen dass die hier irgendwie hin und her rollt in dem karton also die ist tatsächlich hier gut sicher verpackt ja und dann schauen wir mal was hier alles so drin ist ob alles drin ist hier ist der standfuß den gibt es ja jetzt glaube ich von jbl nicht mehr im handel zu kaufen deswegen hat jetzt hier denn alle ein ja universal standfuß quasi mit rein gemacht hier ist der co2 schlauch hier ist das rücklaufventil das ganz wichtig und finde ich auch super dass das mit drin ist da ist ein pfeil drauf dazu kommen aber gleich später denn noch mal beim anschließen der co2 anlage ja hier noch mal im überblick der diffuser ultra m von den alle den hatte ich ja auch schon immerhin oder habe ich in meinem video 120 hier das rück schlag wenn hier das rücklaufventil zur sicherheit der co2 schlauch und zwar ein richtiger co2 schlauch also da kann auch kein co2 raus diffusieren hier ist der druckminderer von dennerle wirklich super verarbeitet aus aluminium und hier ist eben der passende anschluss für jede sodass so dass dream co2 flasche eine beschreibung für den diffuser für den druckminderer ist mit drin und dort ist dann auch zu sehen wie man die anlage im prinzip anschließt also hier schritt für schritt erklärt ist wirklich sehr sehr gut auch dargestellt finde ich auch hier mit den rücklaufventil mit dem pfeil zeige ich euch aber auch gleich finde ich doch eine wirklich feine sache ja und hier jetzt noch mal der co2 diffuser finde ich ganz gut da sind auch zwei saugnäpfe mit bei zur besseren stabilisierung an der scheibe hier jetzt die geschlossene sodastream quasi co2 flasche 425 gramm inhalt habe ich jetzt hier schon mal in den standfuß sicher hingestellt reingemacht da muss man das hier also aufreißen um den verschluss das geht allerdings schon auch ein bisschen schwer aber finde ich ganz gut so dadurch ist es auch wirklich fest zu da ist nur noch so eine plastikkappe mit drauf als sicherheit und jetzt nehmen wir mal hier den druckminderer den präzisionsdruckminderer und da haben wir hier minus und plus da kann man denn eben auf und zu drehen und ja das geht dann ziemlich leicht das muss aber jetzt eben im minusbereich also komplett auf also zugedreht sein indem man eben halt ja das gewinne oder diesen diesen einstell knauf quasi eben komplett ja auf minus quasi dreht denn muss man den hier so rauf schrauben ja der ist mir gerade ein bisschen abgerutscht da muss man natürlich ganz vorsichtig auch sein und die führung quasi ganz vorsichtig auch finden und so dass man da nichts kaputt macht und denn wirklich nicht zu doll andrehen oder anziehen sondern wirklich wenn es nicht mehr weiter zu drehen geht denn vielleicht noch ja ein bisschen fester drehen und das war's dann ansonsten zerschießt man sich da die dichtung da drin und es wäre ja nicht so schön ja so sieht es denn jetzt hier aus wenn der präzisionsdruckminderer eben drauf geschraubt ist auf der sodastream co2 flasche ist wirklich ganz ganz einfach ganz ganz leicht und ja jetzt ist im prinzip ja noch eben geschlossen also es ist kein druck jetzt drauf ne also da kommt jetzt kein co2 irgendwo durch und ja hier ist jetzt das fein nadelventil wo es jetzt co2 schlauch quasi rauf kommt da finde ich auch ganz gut die verarbeitung dass es denn doch nicht aus plaste ist die verschraubung sondern eben aus metall und dann nimmt man erst das gewinde steckt es auf dem schlauch also zieht es auf dem schlauf raus und also rauf und dann steckt man den schlauch dort ran an dem ventil und dann schraubt man das schön fest aber auch nicht wieder zu fest sondern wirklich ganz normal fest ja hier ist meine nachtabschaltung also mein magnetventil das gibt es ja nicht dazu das habe ich mir dann separat gekauft und hier ist das rückschlagventil oder rücklaufventil und da ist der pfeil und dieser pfeil muss eben von der flasche zum diffuser zeigen also im verlauf ansonsten funktioniert er nicht da kommt kein co2 durch ist ganz wichtig ja und jetzt installiere ich mal hier meine nachtabschaltung also dieses magnetventil kriegt man ja in jedem zu fachhandel und auch überall im internet von jeder marke einfach nachzukaufen meiner hat jetzt hier im zu fachhandel 40 euro gekostet ich denke damit fahre ich ganz gut auch hier nehme ich jetzt eben teil ein geringes stück vom vom präzisionsdruckminderer zur nachtabschaltung als schlauch und ja schneide es ihm wie sagte denn durch und schraubt es da jetzt auch im prinzip zwischen also auch wieder das metall gewinne erst auf dem schlauch dann den schlauch aufstecken auf die anschlussventile und denn festziehen ja und das war es auch schon und das wichtige ist hier darauf zu achten dass man eben genau dieses stück hier da wird jetzt eben dauerhaft co2 drin sein weil durch dieses magnetventil läuft halt mit zeitschaltuhr am strom und sobald strom an es geht quasi das ventil eben auf ja und dann kommt eben ja quasi co2 durch und wenn die schalt schaltuhr ausgeht also kein strom dann geht es zu und dann kommt eben kein co2 durch und deswegen wird da oben in diesem knappen stück eben immer co2 drin sein und da braucht man definitiv dann quasi ein richtigen co2 schlauch jetzt hier das rückschlagventil rücklauf wenn hier habe ich ja schon erzählt die pfeilrichtung vom von der co2 flasche weg zum diffuser der ja im aquarium dann ist und machen wir genau dasselbe man misst sich dann eben die länge des co2 schlauches aus so dass dieses rücklauf ventil wirklich knapp über dem oder knapp hinter dem becken gleich an also dran ist so dass eben wenn das wasser zurücklaufen sollte vom diffuser dann dort denn eben nicht mehr durch kann und kein wasser eben zurücklaufen kann in die co2 flasche so handhabe ich das gibt es vielleicht auch unterschiedliche handhabungen aber ich finde das ist die optimalste lösung das habe ich mir jetzt hier ausgemessen die länge von der nachtabschaltung bis hin da wo der diffuser dann eingeführt wird ins aquarium das zeige ich euch gleich und dieses stück jetzt hier das messe ich dann jetzt eben aus wie lang das sein muss dass eben hier der diffuser eben ganz unten am boden des aquariums auch ran passt so dass man hier wirklich den optimalen länge des schlauchs eben halt auch hat also ich habe mir jetzt hier so ausgemessen bis dahin und dann kommt jetzt da quasi der schlauch auf auf den diffuser quasi muss man natürlich aufpassen genau hier unten bis dahin will ich es haben halt dass es bis da unten am boden ist also mache ich jetzt hier wieder einen schnitt und dann stecken wir den schlauch quasi auf den diffuser und hier ist ihm zu beachten bitte fast da oben so weit wie möglich oben an weil nicht hier unten anfassen wo ich jetzt gerade anfassen und denn drauf stecken weil es ist nur acryl ist kein glas und das bricht halt natürlich denn auch sehr sehr schnell und deswegen oben anfassen und denn den schlauch dort drauf stecken sicherlich geht es vielleicht einfacher wenn man den schlauch kurz erhitzt ich spare mir das habe damit eigentlich nie schlechte erfahrungen gemacht auch ohne aufzuwärmen den darauf bekommen und ja so habe ich das jetzt hier auch getan so ist es jetzt soweit fertig hier neben meinem aquarium soll jetzt die co2 flasche stehen weil hier habe ich auch meinen stromanschluss für das magnetventil was ich denn auch anschließend mit den zeiten eben einstelle so wie die co2 zuvor stattfinden soll und jetzt geht ihm der schlauch hinters aquarium da sieht man so ein bisschen durchschimmern durch die hintergrundfolie und dort hinten in der ecke wo mein lucky bambu hat quasi ist dort soll der diffuser hinter so ein bisschen versteckt werden so dass der nicht sofort gleich zu sehen ist ja und das tue ich dann jetzt fülle es jetzt hier mal so ein und schau mal wie war das versteckt bekommen ja und jetzt hier seht ihr es ist doch ganz gut gelungen soweit man sieht nicht so diesen co2 schlauch der doch ziemlich auffällig ist mit dem schwarz und der diffuser der ist der co2 diffuser der ist dort hinter dort sieht man ihn so leicht vor schön man hinter so einem bambus stab und das finde ich doch ganz gut soweit und ja jetzt hier von der seite ich habe halt auch mich jetzt nur entschieden mit einem saug knaff zu arbeiten theoretisch müsste man den anderen denn noch da oben ran machen wenn er eben wirklich gerade sein soll für mich reich ist so aus jetzt ist hier wichtig für mich zu dass das dass ihr jetzt hier seht mit dem rücklauf entier hier das ist wirklich gleich hinter dem aquarium aus also da wurde ist wo der schlag rauskommt gleich dort eben auch ist und dort dann eben wenn wasser zurückläuft nur bis dahin laufen kann und nicht weiter eben nach hinten in die co2 flasche laufen kann das ist eben ganz wichtig und ja jetzt drehen wir das hier auf plus und öffnen somit die co2 zufuhr in den druckminerar hier steigt der druck im prinzip ist es hier wirklich nur eben der arbeitsdruck der angezeigt wird und man sollte den so zwischen 1,5 bar bis 1,9 maximal machen ich habe es jetzt hier so bei 1,8 circa war aufgedreht nur dann muss man eben dieses einstellrädchen richtung plus drehen also plus heißt co2 geht in den druckminerar und auch dann ins aquarium und jetzt kann man hier eben bei dem feinnadelventil quasi eben auch eben dass sich so einstellen also wenn man jetzt zudreht dann kommt da nichts durch und wenn man aufdreht dann kommt jetzt hier denn irgendwann auch co2 an das schöne ist hier bei dem diffuser der ist ja mit blasenzähler und sicherlich müsste man eben den diffuser zuerst unter wasser eben lassen dass da eben auch schon wasser drin ist und denn erst den schlauch anschließen und dann kommt geht er auch sofort so fühlt er sich jetzt erst mit laufe der zeit mit wasser und dann funktioniert auch erst der blasenzähler ich habe das jetzt erstmal so grob eingestellt wie ich dachte von meinen erfahrungen her was eben da aus dem diffuser rauskommt habe natürlich auch ein co2 dauertest hat ranne der ist auch nicht mit inklusive den muss man sich dann eben selber kaufen aber das kriegt man ja überall ganz gut zu holen ja die nachtabschaltung mit dem magnetventil kann ich auch nur empfehlen das gibt es halt auch nicht inklusive das sind noch mal 40 euro extra ansonsten findet ihr hier die anlage so um die 170 euro im handel oder auch auf im internet zu zu kaufen ja ist natürlich schon ganz schön teuer aber ich finde es hier im raum berlin doch ganz praktisch zumal eben auch überall diese so dass trimmflaschen eben im tausch gibt und von von dem von der leistung her eben vom preis her eben sehr gut ist ja jetzt hier zeige ich euch gleich noch mal den blasenzähler der ist denn doch hier jetzt funktioniert da so dass man eben 20 milliliter eben hat ja ich hoffe ich konnte euch jetzt hier heute die co2 anlage ein bisschen näher bringen wie man sie installiert was da alles mit bei ist ich finde es eine feine sache ist wirklich ein tolles produkt und ich freue mich wenn ihr vielleicht auch in den kommentaren mal schreibt wie ihr sie findet und dann danke ich fürs zuschauen und wünsche euch heute noch einen schönen rest sonntag bis nächste woche dann